Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal ReptileRespura. Ich bin Susanna und heute kommt eine kleine Praxisfolge. Und zwar geht es, wie ihr unschwer erkennen könnt, um die Fütterung von Reptilien, insbesondere die Fütterung von Echsen. Wie ihr schon im Intro gesehen habt, gibt es da so einige Fehler, die man machen kann. Ich werde jetzt mal die fünf häufigsten aufzählen, damit ich gerade den Einsteigern auf den Weg geben kann, was man bitte wirklich tunlichst vermeiden sollte, wenn man denn ein Reptil sich kauft und das auch gesund und glücklich sehen möchte. Ja, was waren denn jetzt die Fehler, die ich da gemacht habe am Anfang? Ja, eigentlich schon direkt zwei in einem. Also ich habe das jetzt mal als einen Punkt zusammengefasst unter dem Punkt, ich verfüttere Futterinsekten, so wie ich sie aus dem Laden bekomme. Ja, was ist daran falsch? Also zum einen, die Futtertiere, die wir verfüttern, sind im Prinzip Nachzuchten, die eben speziell auf die Terroristik zugeschnitten sind. Das heißt, wir möchten Futtertiere haben, die in unserer Wohnung möglichst nicht nachher eine Seuche darstellen. Also ich glaube, keiner von uns möchte im Bett liegen und dann auf einmal irgendeinen Krabbelfie da über das Laken laufen sehen. Entsprechend ist es so, dass es ein paar Futtertiere gibt, die sich wirklich sehr, sehr gut eignen. Diese Futtertiere sind aber nicht zwangsläufig die Tiere, die unsere Reptilien in der Natur vorfinden. Also zum Beispiel hier bei meinem Panther-Chameleon. Ich weiß gerade nicht, wo es ist. Das kommt von Madagascar und auf Madagascar ist natürlich, ich sag mal hier, so eine argentinische Waldschabe nicht unbedingt zu finden. Das hört man schon am Namen. Das heißt natürlich, dass das, was wir an Nährstoffen über die Futtertiere reinbringen, auch ganz anders aussieht, als das, was die Tiere vor Ort bekommen. Und weiter noch ist es so, dass die Tiere, die wir kaufen zum Verfüttern, auch, naja, in der Zucht wird nicht unbedingt komplett darauf geachtet, dass die die bestmögliche Versorgung haben, die Futterinsekten, sondern dass sie halt möglichst gut sich reproduzieren und auch, ja, kräftig sind. Aber es wird jetzt nicht im Einzelnen darauf geachtet, dass das Tier, was wir da kaufen, wirklich alle Nährstoffe enthält, die wir brauchen für unsere Reptilienhaltung. Das ist wirtschaftlich halt nicht möglich, weil dann würde man, keine Ahnung, für eine Heimchendose zehn Euro bezahlen, weil die Premiumfutter bekommen haben. Das heißt, wenn wir Futtertiere holen, ist da nicht so viel an Nährstoffen drin. Das heißt, zum einen müssen wir dafür sorgen, dass die Tiere, die vielleicht sogar schon eine Woche im Zooladen lagen, erstmal angefüttert werden, damit sie wirklich Nährstoffe in sich tragen und dann müssen wir sogar noch hingehen und diese Tiere bestäuben. Ja, jetzt sagt der ein oder andere, wie bestäuben. In der Natur geht auch keiner dahin mit einem Streuer und bestäubt die Heuschrecken oder sonst was. Ja, das stimmt. Aber wie ich bereits gesagt habe, das, was die Futtertiere in der Natur essen, ist was ganz anderes als das, was sie in der Futtertierzucht bekommen. Das heißt, wir werden es nicht schaffen, den Nährwert eines wilden Insektes nachzuahmen, indem wir dann uns eine Schabe aus dem Zooladen holen. Das heißt, wir müssen trotzdem noch supplementieren, auch wenn wir die Tiere füttern. Das reicht halt nicht aus. Aber das sind die zwei Dinge, die man auf jeden Fall machen muss, bevor man das Tier verfüttert. Ja, wie sieht das aus? Was kann man denn da verfüttern? Ja, grob unterscheidet man zwischen zwei Futterquellen. Einmal Trockenfutter und einmal halt Feuchtfutter. Es ist auch so, dass man über das Feuchtfutter dann im Prinzip auch die Wasserregulation macht. Also ich gehe dann hin und mische eine eigene Trockenmischung zusammen. Die besteht bei mir aus getrockneten Blüten, Wachflohkrebsen, Fischflocken, Hefeflocken, Weizenkleie und ich glaube, das war's. Ich schaue noch mal nach, ich blende euch das ein. Das werbe ich dann in den Mixer, mache das schön pulvermäßig und das ist dann schon mal das Trockenfutter, was die Tiere bekommen. Das ist dann auch schön angereichert, hat dann auch Calcium, was sehr, sehr wichtig ist, weil Calcium ist ja immer das, was wir auch bei den Reptilien unbedingt haben wollen, damit die halt vernünftige Knochen aufbauen und ansonsten natürlich auch frisches Futter. Also da ist wirklich darauf zu achten, was man da gibt. Man muss sich immer so fragen, was braucht unser Reptil neben Calcium? Ja, natürlich diverse Vitamine. Es gibt aber auch Stoffe zum Beispiel wie Oxalsäure oder sowas. Das möchte man nicht. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Spinat habe oder Tomate, was von Natur aus schon sehr viel Oxalsäure enthält, dann lasse ich das am besten weg. Das heißt, es gibt einige Gemüsearten, Wildkräuter und Obst, die sich sehr, sehr gut eignen. Also ich nehme zum Beispiel immer Möhre. Möhre hat den Vorteil, dass sie auch nicht schnell schimmelt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen ja nicht, dass, ja, wenn die Futtertiere da in ihrem Behälter drin sind, dass die dann auf einmal im Schimmel leben. Also ich nehme dann Möhre. Löwenzahn als Wildkraut. Das ist wirklich sehr, sehr gut, weil da das Calcium-Phosphor-Verhältnis richtig toll ist. Spitzwegerich, Klee, Wilde Malwe, also alles, was man so auch finden kann oder was man auch selber anbauen kann auf dem Balkonkasten. Das kann man alles super reinpacken. Ansonsten bietet sich zum Beispiel auch Apfel an, Banane an. Also wirklich, da gibt es richtig viele Möglichkeiten. Wichtig ist nur, dass es halt auch regelmäßig erneuert wird und man darauf achtet, dass wirklich die Nährstoffversorgung auch bei den Futtertieren perfekt ist, damit das am Ende dann in deinem Reptil landet. Ja, wie ihr jetzt schon sehen könnt, das nimmt auch ein bisschen Platz in Anspruch. Der ein oder andere wird sich jetzt denken, er hat die Lack gesoffen. Also ich stelle mir doch nicht das Ungeziefer in die Wohnung und schon gar nicht mit so viel Platz. Ich meine, das hier ist die Stellfläche für ein Bio-Legehuhn und ich benutze das für Schaben. Ja, gut, kann ich verstehen den Einwand. Aber auch hier, man muss es nicht den Schaben zuliebe machen, wenn man jetzt nicht so der Insektenfreund ist, dann aber bitte zuliebe zum Reptil. Denn das Ding ist, wenn wir die Futtertiere in den Heimchen losen lassen, dann ist es so, dass die im Prinzip die ganze Zeit in ihren eigenen Kot sitzen, was halt ein Herd für Bakterien ist, was dann nachher dazu führen kann, dass die Futtertiere krank sind und dann verfüttern wir kranke Futtertiere. Ist nicht so optimal. Weiterhin kommt es zu Kannibalismus, weil wenn die auf so einem kleinen Raum da sitzen, werden die sich früher oder später anfressen. Deswegen auch hier bei den Futtertieren muss man schauen, dass man sie artgerecht hält. By the way, die Heimschendosen sind auch so konzipiert, es ist gesetzlich festgelegt, wie viele Tiere da rein dürfen. Also das ist wirklich das Minimum an Platz, was man denen geben darf. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, das sei dahingestellt. Fakt ist, wenn sie zu uns nach Hause kommen, sollten wir sie umfüllen. Das muss nicht so eine riesige Box sein wie hier. Ich habe hier meine argentinischen Waldschaben drin. Das ist eine große Box, weil ich die Tiere züchte. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich immer nur die Tiere aus einer Quelle beziehe, dann reicht meinetwegen auch so eine Größe oder so eine Größe. Je nachdem, wie viele Tiere ich denn da habe. Und diese Box muss ich dann auch irgendwie ein bisschen einrichten, damit die Tiere sich wohlfühlen und damit es eben nicht zu Krankheiten kommt oder die Tiere dann irgendwie gar nicht fressen oder sonstiges oder irgendwie eingehen. Also es kann alles vorkommen. Deswegen, ich mache es immer sehr basic. Ich blende euch dazu auch mal ein kleines Video ein. Ich habe in den Boxen Kleintiereinstreu. Das sorgt zum einen dafür, dass wirklich Feuchtigkeit aufgenommen wird und halt die Schimmelbildung reduziert wird. Es nimmt Gerüche weg und hat bei einigen Futtertieren wirklich den Vorteil, dass sich da auch die Tiere dann verstecken. Man möchte natürlich auch, dass es den Futtertieren gut geht. Ansonsten Eierkartons immer super, denn die bieten sehr viel Lauffläche und auch wieder Versteckflächen für die Futtertiere. Ansonsten noch kann man auch Äste reinpacken und wenn man irgendwie ein bisschen naturbezogen ist, kann man meinetwegen auch Kork reinpacken oder sonst was anderes. Es ist halt wichtig, dass man schaut, dass man auch in den Boxen ordentlich Platz rein bekommt und dass es auch möglichst hygienisch ist. Also ich kann wirklich empfehlen, Kleintiereinstreu reinzupacken. Dann hält die Box auch länger. Dann muss man sie nicht alle drei Tage säubern. Das reicht dann wirklich lange. Also ich mache das bei den Heuschrecken so. Wenn ich mir drei Heimchendosen, das sind dann irgendwie, wenn ich die Kleinen nehme, 45 Heuschrecken. Wenn ich die hole, mache ich die Box neu, kommt neues Einstreu rein, wisch mal durch, neuer Eierkarton und dann wohnen die da erstmal drin. Und wenn die alle weg sind, dann erneuer ich die Box. Wenn man natürlich irgendwie mal so tote Tierchen da drin findet, dann sollte man die auch rausholen. Also das ist so ein Hygieneding, das sollte man dann schon berücksichtigen. Aber generell hat man dann, wenn man so ein Einstreu drin hat, nicht viel Arbeit. Hier habe ich zum Beispiel auch noch was anderes. Hier habe ich Soldatenfliegenlarven. Da bietet es sich wirklich an, Einstreu reinzupacken. Also die stinken wie Sau, wirklich. Und bei mir war es tatsächlich so, dass die auch irgendwann die Wände hochgekrabbelt sind und aus der Dose rausgekommen sind. Ich hatte sogar Gefäße mit Schraubverschlüssen und sie sind trotzdem rausgekommen. Mit dem ich das Einstreu drin habe, verbuddeln die sich da drin und ich habe absolut keine Probleme mehr und es stinkt auch nicht. Also wenn die dann da reinkoten, das wird aufgesaugt und man hat echt keine Probleme. Und das ist ja auch was, was man vielleicht als Halter nicht haben möchte. Oder wenn Besucher kommen, also man möchte ja nicht als erstes gesagt bekommen, ja, es riecht hier wie im Zoo oder weiß ich nicht was. Oder wie in einer Tierhandlung. Ne, also das nimmt wirklich die Gerüche gut raus. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Ich habe ja jetzt hier schon angedeutet, dass hier verschiedenste Futtertiere stehen. Das ist jetzt auch nur ein Bruchteil dessen, was ich verfütter. Die meisten Leute ernähren ihre Tiere sehr einseitig. Das ist ein bekanntes Problem. Ich glaube, auch viele Menschen ernähren sich sehr einseitig. Das ist aber in der Reptilienhaltung nochmal extremer. Gerade Leute, die jetzt, sag ich mal, nicht so passioniert sind in der Terroristik und vielleicht auch nur ein Tier halten, kennen sich auch gar nicht so genau aus, kaufen sich das, was es im Zooladen gibt. Es ist überschaubar die Menge. Da gibt es meistens Heimchen, Heuschrecken und Mehlwürmer. Ja, sind drei verschiedene Futterinsekten und das war's. Ja, das ist ein bisschen wenig. Also wenn man sich nochmal anschaut, wie die einzelnen Nährwerte der Futtertiere sind, wird man auch sehen, da hat man nicht wirklich viel abgedeckt. Viele der Futterinsekten sind sehr proteinreich und sehr fettreich, was nicht unbedingt sinnvoll ist für Reptilien. Die meisten Leute denken, viel Protein, das ist super. Ja, das mag für den Menschen super sein. Reptilien funktionieren dabei ein bisschen anders. Und wenn man dann wirklich ständig chronisch irgendwelche ausgewachsenen Heuschrecken verfüttert, dann haben die einfach zu viel Protein. Das kann bei den Reptilien auch auf die Nieren gehen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir da ein bisschen mit einem anderen Blick auf die ganze Sache rangehen. Also wir legen unseren Fokus wirklich auf das Calcium-Phosphor-Verhältnis. Das sollte in der Regel so zwischen 2 und 2,5 zugunsten von Calcium liegen. Wenn man sich dann mal umschaut, wird man sehen, ja, das hat aber irgendwie gar kein Futterinsekt, bis auf die Soldatenfliegenlarve. Deswegen kann ich diese auch sehr, sehr empfehlen. Alle anderen muss man einstäuben, wie ich auch eben schon erzählt habe, supplementieren. Was den Protein- und Fettgehalt betrifft, muss man wirklich dann auch abwägen. Also auch hier gilt, wie bei allen anderen auch, dass man ausgewogen unterwegs sein sollte. Das heißt, es wird nicht schlimm sein, wenn man mal dem Tier da irgendwie einen Mehlwurm gibt. Ja, aber das sollte nicht die Regel sein. Das sollte eine Ausnahme sein. Das ist so, wie wenn ich jeden Tag Torte esse. Also ich esse gerne mal ein Stück Torte, aber wenn ich jeden Tag esse, dann ist das auf Dauer auch nicht gesund. Im Idealfall sucht man sich ein paar Futterinsekten aus, die im Prinzip so die Basis bilden. Das können zum Beispiel die argentinischen Waldschaben sein und die Soldatenfliegenlarven. Das sind beides Futterinsekten, die man sehr, sehr gut empfehlen kann. Unterm Strich haben die ein tolles Nährwertverhältnis. Und drumherum geht man dann hin und schaut, welche Futtertiere denn noch für einen in Frage kommen. Das kann dann verschiedene Aspekte berücksichtigen. Zum Beispiel der eine ekelt sich vielleicht vor irgendwelchen Futtertieren, dann muss er ja nicht zwangsläufig diese nehmen. Dann schaut man sich an, welche gibt es noch? Welche sind vom Nährwert ganz gut? Welche bieten vielleicht auch für das Tier ein bisschen Abwechslung? Zum Beispiel irgendwelche Tiere, die auch vielleicht fliegen können. Also bei Chameleons zum Beispiel, die fahren total auf Fliegefiecher ab. Man hat da auch Studien zugemacht, indem man mal den Mageninhalt analysiert hat. Da hat man gesehen, dass die wirklich überwiegend fliegende Insekten gegessen haben. Also das ist dann halt auch noch so ein Punkt, den man mal berücksichtigen kann. Was essen die Tiere in der Natur? Kann ich da irgendwie mit meinen begrenzten Mitteln schauen, dass ich dem entgegenkomme? Also das sind so Aspekte, die man dann berücksichtigen muss. Oder auch, dass man vielleicht auch Futtertiere haben möchte, die sich nicht in der Wohnung verbreiten. Also da gibt es ja Gruselgeschichten, insbesondere bei Heimchen, die dann nachher überall waren in der Wohnung. Das sind so Sachen, da muss man dann auch abwägen, wie man dann damit klarkommt mit den Futtertieren. Ich habe wie gesagt hier so mein Basisprogramm. Ich habe immer die Larven da, ich habe immer die Waldschaben da, Heuschrecken auch. Und weil mir das auch alles ein bisschen zu wenig war, bin ich auch noch weitergegangen. Ich habe noch Bohnen, Käfer, Asseln, Stabschrecken, Seidenraupen und was ganz toll ist, die finde ich jetzt ganz super als Alternative zu den argentinischen Waldschaben, beziehungsweise als Ergänzung. Ich habe jetzt hier die grünen Bananenschaben. Da ist es wohl so, da muss man aufpassen, denn die adulten Tierchen können glatte Wände hochrennen. Das können die Schaben hier nicht. Das heißt, wenn die in der Box sind, bleiben die in der Box. Bei denen hier muss man aufpassen, wenn man dann da hantiert. Da kann schon mal eine rauslaufen. Vorteil ist aber, so makaber es klingt, wenn sie entwischt, wird sie schnell sterben, denn diese Tierchen brauchen eine hohe Luftfeuchtigkeit. Da ist es auch mit dem Setup der Box ein bisschen anders, denn da habe ich wirklich auch Bodengrund drin, Laub, Asseln und Springschwänze. Damit das ganze System nicht schimmelt, sind halt noch ein paar andere Bewohner mit drin und das Ganze muss halt wirklich die ganze Zeit feucht sein. Aber wenn man damit klarkommt und kein Problem damit hat, dann ist das wirklich eine tolle Alternative. Also die Tiere werden sehr, sehr gerne angenommen. Vor allen Dingen wegen der Farbe anscheinend. Also sie sind wirklich saftig grün und ja, sie können halt auch fliegen. Das bietet den Reptilien auch ein bisschen Action, weil sie halt richtig jagen müssen. Deswegen bin ich wirklich Fan von diesen Tierchen. Zumal ich sie auch, ja, deutlich schöner finde als manch andere Futterinsekten. Das ist vielleicht auch so ein Grund für den einen oder anderen zu sagen, ach ich probiere das mal. Weil wenn man sich jetzt selber persönlich nicht irgendwie ekelt oder so, dann macht es die Sache natürlich einfacher. Also ich finde die sehr, sehr cool. Vielen Dank.